Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Immer Wieder Dienstag. Ich bin Nesdu und ich freue mich sehr auf diese Besprechung, denn sie beweist, dass wir beim Tele-Stammtisch uns nicht nur um die Themen Kino und Comics drehen, nein, auch das Thema Kulinarik steht bei uns oft im Zentrum und heute soll es um die skandinavische, beziehungsweise ich glaube die schwedische Kulinarik gehen. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne drei schwedische Gerichte, Köttboula, Smörbröd und Köttboula auf Smörbröd. Ich hoffe, dass der Lasse, hallo Lasse, das sich ein bisschen besser auskennt. Äh, basiert auf dem Film nicht wirklich, aber immerhin habe ich eine Verbindung mit Schweden in dem Sinne, dass mein Name schwedisch ist. Genau, das stimmt. Ja, also ich habe wirklich im Vorfeld überlegt, was kenne ich so Leckeres aus Schweden und da fallen natürlich diese ganzen Leckereien ein von Ikea. Ich glaube, Hotdog ist jetzt kein schwedisches Traditionsgericht, aber trotz allem, es gehört dazu. Und ich hatte gehofft, dass du halt eben wegen deines Vornamens, ist ja ein bisschen derpfer, das zu denken, weil wenn du jetzt Björn hießt oder so oder Michel, dann wärst du ja auch nicht gleich der kulinarische Schweden-Expert. Aber ich hatte gehofft, dass du vielleicht doch eine gewisse, also zu mehr Verbindung hast zur Thematik als ich. Vielleicht ein kleines bisschen. Wir haben halt auch ein schwedisches Kochbuch, wo ich auch schon mal ein paar Sachen von probiert habe. Schwedische Pfannkuchen sind sehr lecker zum Beispiel. Ja, ich habe das Gefühl, ich werde auch heute sehr hungrig aus diesem Podcast rausgehen. Und eins vorweg auch noch gestellt, du hast den Film für uns vorab sehen können. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich bin nur hier, damit du mir Appetit machst auf den Film und hoffentlich auch ein bisschen auf die schwedische Kulinarik. Was ich euch da draußen sagen kann, der Film startet am 12.09. war es, ne? Genau, aber tatsächlich ist er ein 2022er Film, wenn man vom schwedischen Rillings ausgeht. Dann lag er auf Halde. Ja, ja, er macht jetzt erst seinen internationalen Weg, könnte man sagen, jedenfalls nach Deutschland. Und der Originaltitel wäre eigentlich Teastags-Klubben, was so viel wie der Dienstagsklub bedeutet. Ich weiß, aber für mich als teutonischer Deutscher klingt Teastags-Klubben einfach nur witzig, ganz ehrlich. Ja, in dem Sinne auch, die Kopie, die ich gesehen habe, war auf Schwedisch mit deutschen Untertiteln. Das heißt, ich bin also in den Genuss der Original-Sprachausgabe gekommen. Oh, das ist natürlich interessant. War ein paar. Fargo, Bicklebowski, Armageddon, Constantine und, 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 und. Ich glaube, auch bei John Wick Kapitel 2 war er mit dabei. Yes. Aber der spielt hier die Hauptrolle oder ist das eher so eine größere Nebenrolle? Was sagst du? Ich würde tatsächlich eher sagen größere Nebenrolle, weil vor allem die Hauptrollen letztendlich sind eigentlich das weibliche Dreigestirn, um das es geht. Und er ist dann so ein bisschen der Katalysator und natürlich dann auch der Love Interest. Er hat schon eine vergleichsweise große Rolle, aber jetzt ihn direkt als die zweite Hauptrolle zu bezeichnen, wäre, glaube ich, einen Ticken zu hoch gegriffen. Bevor wir uns jetzt mal annähern, worum es eigentlich geht, was mich ja wirklich interessiert, ich finde, Peter Stormare ist halt so ein, ja, Charakterschauspieler, den kannst du halt ganz wunderbar auf so Bösewichtrollen einfach besetzen. Das macht ja die, glaube ich. Da steht der einfach morgens auf und spielt die Rolle ohne Probleme. Und was ich jetzt vom Trailer her gesehen habe, er spielt, glaube ich, schon nicht gerade in den großen Sympathisanten, aber er wirkt jetzt auch nicht wie der Serienkiller von nebenan. Wie war es für dich? Hattest du Probleme, ihn in dieser, ich sage es mal, ungewohnten Rolle zu akzeptieren oder gab es da schon so ein paar Probleme? Es ist tatsächlich ein kleines bisschen. Das ist immer so blöd, wenn jemand so auf eine bestimmte Rolle irgendwie gemünzt ist und dann fällt es manchmal schwer, ihn anderen zu akzeptieren. Er startet den Film angemessen grummelig durchaus, jetzt nicht unbedingt böse, aber er ist halt auf seine Art so eigenbrötlerisch und ein bisschen lustlos. Und es geht eben auch in dem Film darüber, dass er so über die Laufzeit hinweg ein bisschen mehr auftaut. Und dann sieht man so ein bisschen mehr so seine Einsamkeit und so eine gewisse Traurigkeit auch und so weiter. Also das ist eigentlich so die Textbuch-Charakterentwicklung. Aber das macht er sehr, sehr schön. Okay, dann hätten wir quasi jetzt das Amusgöl abgehakt und können jetzt mal sozusagen zum Hauptgericht kommen. Und das ist natürlich, wie ist der Film? Bevor wir das, bevor du das uns erklären kannst, ob er jetzt gut, schlecht oder mittel ist, müssten wir natürlich erfahren, worum geht es denn genau? Ja, also es geht um Karin, gespielt von Marie Richardson. Die feiert ihre Rubin-Hochzeit sozusagen, also ihr 40-jähriges Jubiläum mit Stan, gespielt von Björn Kjellmann. Und an diesem Tag findet sie heraus, dass ihr Mann sie betrügt. Und in dem Moment, als sie ihm das vor die Nase hält, baut er einen Unfall, was ein ganz wundervoller, komischer Stunt ist auch. Und dann landet er für eine Weile im Krankenhaus und währenddessen ist sie so ein bisschen in der Schwebe, weiß nicht genau, was sie machen soll. Und sie hat eine sehr, sehr gute Freundin und dann findet sie eine weitere gute Freundin mit der etwas hipperen Monika, welche früher so mit bei ihr in der Schule war. Und jetzt hat sie so ein etwas anderes, so alternatives Leben geführt. Und die drei finden aber zusammen und sagen sich, ey, wir probieren mal was ganz anderes Verrücktes aus. Wir besuchen diesen Kochkurs hier von dem Restaurant, wo wir zusammen waren und da war es sehr lecker. Und diesen Kochkurs leitet eben Henrik, gespielt von Peter Stormer. Und darüber hinaus wachsen die noch so ein bisschen enger zusammen, haben die Idee, ey, vielleicht könnten wir ja sogar eine kleine Catering-Firma gründen und so weiter. Ich glaube, letztendlich geht es so ein bisschen aber um die so eigene Wegfindung von der Karin selbst, welche sich halt ihren Traum so in der Gastronomie etwas zu machen, dem Traum quasi entsagt hat, weil sie vergleichsweise früh schwanger wurde. Und zusätzlich gibt es immer noch den Subplot mit ihrer Tochter Friedrika, welcher dann gegen Ende einen etwas größeren Platz einnimmt und aber natürlich auch um das Problem, zu dem er wieder zurückgekehrt wird. Was mache ich denn, wenn dann jetzt mein Mann wieder aus dem Krankenhaus kommt und wie reden wir darüber, konfrontieren wir das überhaupt und so weiter und so fort? Okay, das klingt jetzt für mich als, äh, ja, Außenstehender. Also es erinnert mich so ein bisschen an Filme wie jetzt die beiden Book Club Filme, wo es halt darum geht, dass in Anführungszeichen ältere Personen nochmal lernen, das Leben zu genießen und auch mal versuchen, neu zu starten. Würdest du da beipflichten, dass das denn so ein Film ist, der in die ähnliche Richtung geht oder hat der dann vielleicht doch einen anderen Fokus? Da definitiv den Fokus, ja. Jetzt nicht unbedingt so wie Book Club. Das hier ist so ein bisschen mehr, ähm, charakterfokussiert und etwas lebensnaher, könnte man sagen. Dieser hier übertreibt nicht so. Aber, äh, es ist definitiv, es geht darum halt wieder noch vergleichsweise etwas später im Leben noch so ein bisschen was Neues im Leben zu entdecken und sich selbst zu verwirklichen und natürlich dann aber auch noch vielleicht eine neue Liebe kennenzulernen, was ja jetzt auch nicht immer ganz typisch ist. Schafft er es denn, dass er sich auch ein bisschen anders anfühlt, wie ein Hollywood-Produkt zu nennen? Ich hab ja nur den Trailer gesehen und der sah schon weit weniger europäisch aus, wie ich es vermutet hätte. Ich, äh, in dem Sinne anders als Hollywood, äh, in dem Sinne, dass er nicht so super übertrieben ist mit allem, wie halt schon gesagt. Das ist halt die, die Performances zum Beispiel, die sind sehr, ähm, geerdet und realistisch. Der Dialog wirkt sehr realistisch. Du hast nicht halt übermäßig großen Slapstick und du hast jetzt nicht auch nicht wirklich so die allerquirligsten, farbenfrohsten Charaktere. Der Film hat ein bisschen die Gelegenheit dazu, dann in dem Kochclub selber, weil da sind noch drei Männer und die haben so jeweils ihre eigene Persönlichkeit und machen auch Spaß beim Zugucken. Aber letztendlich wird dir nicht genug Raum gegeben, äh, dass man da jetzt wirklich, äh, groß was draus machen kann. Äh, lustigerweise gibt's, äh, später im Film eine thematische Party, so im, so mit Cowboy-Thematik, wo dann noch die, die Nähe zu USA irgendwie noch sehr viel größer wird, weil es nämlich auch einen Charakter gibt in dem Film, der so ein bisschen die USA-Obsession hat und das ist so ein bisschen der Running Gag. Und es gibt eine richtig schöne Line-Dance-Sequenz, äh, die sehr viel Spaß gemacht hat. Äh, ja, aber da, in dem Sinne nähert es sich dann lustigerweise so ein bisschen eher dem, äh, Westen an, was, was ich dann irgendwie doch, äh, ganz ungewohnt und witzig fand, aber das passt alles gut in die Handlung. Jetzt hab ich ja den Podcast damit eingeleitet, dass es, äh, um schwedische Kulinarik geht, aber seien wir mal ganz ehrlich, wie wichtig ist die Thematik des Kochens überhaupt in dem Film? Die ist schon wichtig, in dem Sinne, dass sie ja in diesen Kochkurs gehen und, äh, der, äh, Henrik ja auch so ein kleines bisschen auftaut, weil dann, äh, Karin so ein bisschen anfängt, die Gerichte zu improvisieren, aber das gewinnt nie so richtig den Fokus, das wird immer so ein bisschen angeschnitten, dann geht's eher wirklich zu den Charakteren zurück und deren so individuelles Dilemma. Ja, und die schwedische Kulinarik ist auch nicht wirklich im Fokus, weil was sie da kochen, sind eher asiatische Gerichte und das, was sie dann so als, ähm, Catering, äh, planen, ist so ein bisschen halt schwedische Küche, aber mit so einem, äh, fernöstlichen Twist, könnte man sagen, also wo sie es so ein bisschen mischen. Sehr viel über die schwedische Kulinarik lernt man eigentlich nicht. Aber schafft es der Film denn zumindest, dass dir das Wasser im Mund zusammenläuft? Also, als du ihn gesehen hast, warst du da ein bisschen traurig, dass du kein Vier-Gänge-Menü vor dir hattest, sondern vielleicht einfach nur Zwieback mit Leberwurst? Äh, das findet, da findet der Film schon schöne Bilder für, geht richtig viele tolle, wirklich so Money-Shots, so in Zeitlupe, wie sie da Gerichte vorbereiten und auch essen und das sieht alles sehr, sehr schmackhaft aus und sehr professionell und, ähm, ja, also was, was das angeht, da, wie gesagt, das ist nicht wirklich der Hauptfokus des Films, aber wann immer es um Essen geht, sieht es schon sehr lecker aus. Zum Thema Fokus, wie gesagt, ich als derjenige, der nur den Trailer gesehen hat, ich hatte das Gefühl, dass der Film vom Trailer her sehr deutlich als Komödie vermarktet wird, aber du hast ja schon gesagt, es geht ja auch darum, dass ihr Mann fremdgeht und dass da auch eine gewisse Annäherung zusammenkommt, also ich nehme stark an, es ist schon eine Komödie, aber ich nehme mal auch an, dass wir versuchen, auch eine gewisse Dramaturgie, vielleicht sogar eine gewisse Schwere einzubringen, stimmt das und wenn ja, wie funktioniert das, gut oder schlecht? Es ist so ein bisschen schwierig tatsächlich, weil letztendlich hat der Film die ganze Zeit so eine liebenswerte, nette Atmosphäre, ohne jetzt wirklich groß super witzig zu werden, das ist, ich würde es so ein bisschen eigentlich so als Dramödie bezeichnen, obwohl es halt auch nie wirklich richtig dramatisch wird, es gibt einen bestimmten Durchbruch so im dritten Akt, was halt natürlich auch ganz typisch ist für das Genre und der ist extrem emotional und auch entsprechend heftig und der fühlt sich aber auch sehr lebensnah an. Was eben halt auch so schön ist, es ist halt nicht so übelst super derbe übertrieben, sondern man, man fühlt da schon mit und man, äh, versteht, wo die Charaktere durchgehen und warum das jetzt hier so kommen musste. Und ansonsten ist halt nur ein bisschen Situationscomic mit drin, äh, wie gesagt halt, äh, gegen Anfang so die, die Revelation, dass er sie betrügt, das ist, das ist relativ dann witzig inszeniert, wo es, wo es dann eben, wo er dann halt eben den Unfall baut und, ähm, zwischendurch eben auch diese schöne so awkward Situation einfach, wo dann Leute so rein finden, wo sie, es wirkt alles halt wirklich sehr, sehr lebensnah, was das angeht. Aber es ist halt nicht, also es war jetzt nicht unbedingt halt der Humor, wo ich dann dachte, ahaha, so, so super doll. Das ist halt, ich würde sagen, das ist so der Humor, wo dann die eher älteren Zuschauern, vor allem Zuschauerinnen, dann so ein bisschen drüber schmunzeln können, ach ja, so ist das halt. Es klingt für mich so ein bisschen mehr, also nach der Devise, äh, mehr schmunzeln, als losbrusten. Ja, das ist definitiv der Fall. Ja, und ich muss auch sagen, alles, was du bislang gesagt hast, in meinem Kopf geht die ganze Zeit so mein Gedanke, ich muss meiner Mutter diesen Film empfehlen, ich muss meiner Mutter diesen Film empfehlen, weil das klingt halt, ohne es abwertend zu meinen, du hast es ja auch schon gesagt, nach einem Film, der für einen, für eine gewisse Zielgruppe, für eine gewisse Altersgruppe vielleicht interessanter ist, als jetzt für jemanden, der irgendwie 18 Jahre alt ist und am Freitagabend mit seinen Freunden ins Kino gehen möchte, um es mal so auszudrücken. Ja, und ich bin da definitiv dann eben nicht die Zielgruppe, ich bin dafür dann doch noch etwas zu jung, was halt aber auch natürlich nicht schlimm ist, man kann ja, man kann ja trotzdem diesen, diesen Film ihre, ihre Existenzberechtigung einräumen. Das, was den Film so ein bisschen unterscheidet von so etwas Hollywood-mäßigem, ist dann tatsächlich das letztendliche Ende, wo ich dann dachte, oh, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie dann so weit, es ist ein etwas, weiß nicht, ein etwas skurriles Ende, wenn, und ich weiß nicht, ob das vielleicht an dem kulturellen Unterschied liegt, letztendlich erklären sie es ganz gut, aber ich hätte halt nicht gedacht, dass es in diese Richtung geht und dann alles so haitidei und fröhlich dann ist unter diesen Umständen. Es ist halt ein klein bisschen, ja, unkonventionell, was, was letztendlich angeht, wie dann bestimmte Charaktere zueinander stehen am Schluss. Ja, es überrascht mich jetzt gar nicht so sehr, weil Skandinavien durchaus ja auch für seine, ich nenne es mal Komödienkultur bekannt ist, so Filme wie Dänische Delikatessen oder Adams Äpfel sind ja wirklich sehr anders gepolt als jetzt die obligatorischen handelsüblichen Hollywood-Komödien. Ähm, deswegen, also, bin ich schon gespannt, also ich werde den Film vermutlich eines Tages mal ansehen, jetzt vermutlich gleich nach der Aufnahme hier, da fehlt mir die Zeit und auch die Lust, aber du hast es bislang geschafft, ihn mir schmackhaft zu machen, das sei dir gesagt. Ähm, jetzt hast du aber schon mal gesagt, zum Thema Kino, du hast ihn ja nur, wir haben ihn ja vorab als Screener bekommen, äh, ganz ehrlich, braucht dieser Film die große Leinwand oder ist das ein Film, der eigentlich ganz ehrlicherweise auch zu Hause auf dem Fernseher gesehen wird? Das ist einer, den guckt man ganz wunderbar an einem Sonntagnachmittag vorm Fernseher, also auf dem Sofa gemütlich, die Eltern pennen langsam weg und man selbst sitzt dabei, wenn man einfach irgendwie die entspannte Atmosphäre genießt. So ein Film ist das. Hm, ja. Und das, was ein Meer ins Ohr fällt, sozusagen, ist tatsächlich der Song-Soundtrack, weil da haben sie einige, ähm, wirkliche, ja, so, USA Evergreens, einer der Songs, die häufiger angespielt werden, ist, ähm, Ain't No Mountain High Enough, wobei ich immer dann sofort an Guardians of the Galaxy denken muss. Ja, ja. Ähm, aber der wird halt auch eben auch sehr gut eingesetzt und ansonsten halt wirklich der, die, die Songs, die sie anspielen, äh, die bleiben im Gedächtnis und funktionieren sehr gut. Okay. Gibt es ansonsten an diesem Film irgendetwas Künstlerisches, was irgendwie besonders hervorsticht im positiven wie im negativen Sinne? Also, ich würde nicht sagen, dass jetzt der jetzt irgendwie durch eine brillante Regie besticht. Äh, es ist halt eine sehr, eine Regie, die alles Wichtige in den Fokus rückt. Mhm. Und, äh, ein Film, der halt vor allem von den Charakteren und Performances getragen wird und da gibt's nirgendwo Abstriche. Es wirkt alles, wie gesagt, sehr, sehr realistisch, sehr lebensnah und sehr liebenswert auch mit diesen Figuren. Also, jedenfalls, die liebenswert sein sollen und aber selbst solche, die halt so ein bisschen natürlich die negative Rolle innehaben, die tun einem auch ein bisschen leid hier und da. Also, es ist ein, äh, ein Film, wo man, ja, wirklich auch dann, äh, mitfühlen kann und auch Verständnis für die Charaktere aufzubringen vermag. Und das Schauspiel durchweg, da gibt's keine Abstriche. Ich finde, die haben das alle sehr, sehr schön gemacht. Okay. Hast du sonst noch irgendetwas außer dein Fazit, was du zu immer wieder dienstags loswerden möchtest? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt, als eins, ob es ein Film ist für jemanden, der gerade so ein bisschen in der Krise steckt. Also, ich weiß ja, dass es Filme gibt, die einen da durchaus dann inspirieren können. Ähm, und ich weiß nicht, weil ich, ich glaube, dieser Film könnte vielleicht so ein, was die emotionale Art angeht, vielleicht so ein Ticken zu realistisch sein, um da dann groß was zu reißen und einen so ein bisschen aus so einem Tief rauszuholen. Ich glaube, da wäre man vielleicht eher mit so einer etwas übertriebeneren, etwas lebensferneren, so amerikanischen Komödie in der Art etwas besser bedient. Äh, diese hier vielleicht, könnte vielleicht ein bisschen zu tief einschneiden bei bestimmten Leuten. Okay. Das, äh, klang ein bisschen wie eine sogenannte Triggerwarning, oder? Äh, eventuell. Also, wie gesagt, bei, bei dieser bestimmten, bei, bei so einer Fremdgeh-Thematik und so, da, äh, das kann ja durchaus triggern. Und dieser, und, und dieser Film handhabt das eben auf einer vergleichsweise, ja, realistischen Art und Weise, wo es da nicht darum geht, oh, Rache und so weiter. Sondern, ähm, es ist halt, ja, wie gesagt, es wirkt sehr, sehr lebensnah und realistisch und das könnte vielleicht für einige ein bisschen, ähm, ja, eventuell einfach zu, zu nah dran sein. Ja, also es ist schon die Art von realistischer Filmen, wenn da ein Hund stirbt, dann trauert man und zieht dich mit zwei Knarren los und tötet ein Gangster-Imperium. So kann man es, glaube ich. Ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, ja. Und nochmal John Wick mit reingebracht. Mann, heute habe ich einen guten Lauf. Perfekt. Okay, gut, ähm, dann fehlt uns noch ein Fazit und deswegen meine Frage an dich, lieber Lasse, dieser Film, ist das mehr, ja, Fine Dining oder gutbürgerliche Hausmannskost? Ich würde wirklich sagen, gutbürgerliche Hausmannskost. Das ist eine, äh, Komödie in dieser Art, die man schon so kennt, die man so gesehen hat und das, was es eben für mich halt besonders gemacht hat, waren die Performances, die interessante Figuren, Konstellation und eben der, der, die Tatsache, dass es eben, oh ja, und das spielt in Schweden und dadurch ist eben so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal trotzdem gegeben. Eine Frage noch, die mir jetzt ganz schluttan einfällt. Jetzt hast du den Film gesehen, ähm, wir haben ja schon gesagt, du hast gesagt, dass Peter Stormer hier quasi die größere Nebenrolle spielt. Ähm, hast du jetzt nach der Sichtung vielleicht ein bisschen mehr Lust bekommen, ihn in weiteren größeren Rollen zu sehen oder bleibt für dich Peter Stormer nach der Sichtung immer noch der Nebendarsteller von Schurkenrollen aus Hollywood? Ich kenne ihn halt wirklich aus vielen Filmen und ich habe mich immer gefreut, wenn er irgendwie auftaucht. Also, äh, was das angeht, hat es sich, also ich, ich denke wirklich, er hat etwas an sich, wo er auch, äh, in dieser Art von Rolle funktionieren kann. Ähm, aber wenn man in Hollywood so ein Label hat, dann ist es schwer, da rauszukommen, gerade eben, wenn man ja natürlich auch, äh, der Ausländer ist, sozusagen. Und er hat aber ja schon Ewigkeiten eine internationale Karriere, wofür man ihn auch recht beglückwünschen kann. Also, da, da, da muss man halt eben sagen, ich würde ihn super gerne in den unterschiedlichsten verschiedenen Rollen sehen, weil das ja eben zeigt halt auch, und ich habe ja längst nicht alle Filme mit ihm gesehen, kann gut sein, dass er, äh, tatsächlich vielleicht auch, äh, in entsprechenden schwedischen Filmen regelmäßig glänzt mit sowas. Aber, äh, ich würde mich, äh, nicht beschweren, wenn ich ihn des Öfteren in etwas abwechslungsreicheren Rollen sehen würde. Ja, kann ich so, glaube ich, unterschreiben. Ohne diesen Film gesehen zu haben, wie gesagt, immer wieder dienstags ab dem 12. September 2024, zwei Jahre nach Schwedenstart bei uns in den Kinos. Und, äh, ich halte mal fest, du würdest schon sagen, das ist eine Sichtung durchaus wert, aber vielleicht, wenn man gerade nicht so viel Zeit hat, reicht es auch einfach zu warten, bis er vermutlich in einem halben Jahr auf den Streamingdiensten auftaucht, oder? Ja, das ist einer, wenn man mit den Eltern zusammensetzt und man sagt, der fängt gerade an, da kann man sagen, oh, der ist nicht scheiße, da können wir ruhig dranbleiben. Das ist viel wert, das ist wirklich viel wert. Absolut. Wenn man gerade mit seiner Mutter irgendwie auf der Suche ist, abends zusammen einen Film zu gucken, wenn man zu Besuch ist, ist das wirklich viel wert, glaubt mir das. Ja, das ist definitiv der Fall. Gut, dann sage ich noch einmal kurz den Originaltitel, Tisdags Club, das ist immer lustig, sorry, und sage danach vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt, auch auf unserer eigenen Webseite findet ihr uns, das ist natürlich klar, weil das ist unsere Webseite, www.tele-stammtisch.de. Und wir haben auch einen Discord-Community-Server, tele-stammtisch.de slash Discord, da könnt ihr dann mit Lasse, mit mir und mit ganz vielen anderen Leuten kommunizieren, könnt sagen, hey, eure Besprechung war super, könnt sagen, hey, eure Besprechung war ganz gut, aber das hat uns gestört. Wie auch immer ihr wollt, wir können Spaß haben mit Bildern, also, jugendfreien Bildern, nicht falsch verstehen. Okay, und ich glaube, ich führe das jetzt hier nicht weiter aus, ich habe das Gefühl, ich grabe mich immer tiefer in so ein Loch, wo ich nicht mehr rauskomme. Deswegen checkt unsere Discord-Präsenz ab und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Lasse, dir gebührt das letzte Wort, kannst gerne noch Werbung machen, weil du auch außerhalb des Tele-Stopp-Tages ein paar Projekte machst, deswegen fühl dich frei, noch ein bisschen Werbung zu machen und ich sage jetzt hier erstmal Tschüss. Oh ja, das stimmt, ja, ich bin ja mit Fans About Films unterwegs und ich mache beim Sideshow Sound Theater Podcast mit, mit Track Swap, aber auch jetzt mit der Sideshow Theme Show, also da haben wir sehr, sehr viel am Start und ansonsten findet ihr meinen Blog scoregeek.wordpress.com im Internet und könnt Sachen über die neuesten Soundtracks nachlesen. Und damit sage auch ich Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Bye! Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, euer Andi.